Jojojo derdo leute wie ist jetzt wieder die Kindergarten Curse und willkommen zu einem neuen Video von uns heute spiele ich ja wieder mal Fortnite einfach so im kreativzentrum und erkläre ich ein bisschen was jetzt so abgeht derzeit und ja dann bis dann so das erste Thema ist ich habe Spiel zum Vorschlag weil wir wissen nicht was euch eigentlich so interessiert der Fortnite ja okay aber andere Spiele die was wir auch spielen können Sebastian und ich und die was euch interessieren also die ihr auch mag ja das erste wäre ja Fortnite dann GTA, Rainbow dann wie heißt es Spiel Hitman was Sebastian gespielt hat Pipe, Pipe ist ein BMX Spiel und Ark gibt es auch noch ja und dann sagt es mal also schreibt es mal unten in die Kommentare hin was sie gerne spielen zum Beispiel beim Spiel was sie spielen sollen oder was ich zum Beispiel interessieren würde weil ihr das Spiel noch nicht kennt oder so und ja dann stellt das mal gerne in die Kommentare ja das zweite Thema ist gestern also Sebastian hat für mich aufgenommen ich gehe jetzt seit zwei Wochen arbeiten also heute heute ist Dienstag ja genau eine Woche und zwei Tage gehe ich jetzt arbeiten schon und bin halt immer noch erledigt danach von der Arbeit deswegen was Sebastian auch gesagt hat es könnte auch sein dass die Videos mitten auf Nacht kommen weil ich vergesse sie aufzunehmen weil ich uns müde bin und ja das ist derzeit ein bisschen schwierig aber ich gewöhne mich daran und dann kommen wieder bessere Videos regelmäßige Videos also Sebastian seine Videos sind ja eh regelmäßig und so aber ja Sebastian hat ja auch Ferien und ja also ich danke Sebastian von Herzen darüber dass er zum Beispiel heute zwei in der Früh aber noch wieder aufgenommen habe das ist nicht normal das ist unbeschreiblich weil das einfach so krass ist dass wir ein Video haben dass er uns zwei in der Früh Video aufnimmt und noch schneidet das ist wirklich cool das muss man wirklich dazu sagen also schreibt in die Kommentare danke Sebastian und ja heute ist mein Geburtstag ich bin heute 15 geworden und ja was gibt es auch zu sagen eigentlich gar nichts mehr eigentlich wollte ich euch nur wissen warum ich diese Termine nicht so gut einhalten kann ja weil ich arbeiten gehe und und welche Spiele bin und welche Spiele ich beziehungsweise auch Sebastian spielen können die was auch interessiert außer Fortnite aber wenn euch nur ein Vorteil interessiert dann schreibt natürlich auch Vorteil rein und ja dann würde ich sagen kommentiert das was euch interessiert welches Spiel und dann dann hat ein saftiges Abo ja macht das Abo halt ja ja also ihr wisst ja was ich meine Alter lasst ein Abo da die Glocke nicht vergessen zum aktivieren dass ihr Videos dass ihr seht wenn ein Video online kommt dass ihr keins verpasst und die Glocke nicht vergessen dann würde ich sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat dann lasst ein Abo ne like da ach Dicke das habe ich gerade gesagt egal tschüss auch hat rein und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal